Was hat der Gallier Obelix mit Zebrafischen zu tun? Wie entstehen die Muster bei Zebrafischen und wie testet man, was ein Gen zum Fischmuster beiträgt? Diesen und weiteren Fragen werden wir in dieser Podcast-Folge nachgehen. Herzlich willkommen zu Auf den Grund gegangen, dem Podcast des Max-Planck-Campus Tübingen. Mein Name ist Viola Brandt. Und ich bin Sophia Jans. Und zusammen sprechen wir mit WissenschaftlerInnen unserer Max-Planck-Institute über ihre Forschung. Heute gehen wir der Zebrafisch-Forschung auf den Grund. Zebrafische und nahverwandte Arten haben nämlich total verschiedene Muster. Aber wie entstehen diese? Unsere Forschungsgruppe um Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vollhardt möchte genau das herausfinden. Im heutigen Podcast sprechen wir dazu mit Marco Podopnik. Marco ist Doktorand am Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen. Hallo Marco, vielen Dank, dass du hier bist. Die Frage, die dich so umtreibt, ist ja, wie schaffen Organismen es eigentlich unterschiedlich auszusehen? Erzähl mal, was genau machst du damit? Was beschäftigst du dich da? Vielen Dank für die Einladung erstmal. Toll, dass wir so einen Podcast haben. Ja, ich interessiere mich für die Vielfalt, die durch Morphogenese entsteht. Also wie können Organismen unterschiedlich aussehen? Und ich studiere das in Fischarten, in nachverwandten Danio-Arten, die in Südostasien vorkommen. Das sind kleine Süßwasserfische, die vor allem ganz unterschiedliche Muster haben und das interessiert uns besonders in unserer Arbeitsgruppe. Und warum ausgerechnet Fische? Man könnte sich ja auch andere Lebewesen angucken, oder? Man könnte das auch in anderen Organismen studieren und das macht man auch weltweit. Aber ich denke, wir haben diese Historie im Labor, die erklärt, warum wir uns vor allem auf Fische konzentrieren. Nachdem meine Chefin hier ans Institut gekommen ist, ans Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie damals noch. Ich glaube, da musst du ein bisschen erklären, wer ist das? Ja, meine Chefin ist Christiane Nusslein-Vollhardt. Die Nobelpreisträgerin. Richtig. Ihren Nobelpreis hat sie für Arbeiten an der Musterbildung in der Taufliege Drosophila melanogaster bekommen. Sie hat da herausgefunden, wie Gene die frühe Entwicklung steuern. Vor allem hat sie die erstmal gefunden. Das war gar nicht so einfach. Und später ist sie dann auf den Fisch aufgesprungen, sozusagen. Und hat mit dem Zebrafisch angefangen, Experimente zu machen. Und das hat die Zebrafisch-Forschung weltweit auch wirklich katalysiert. Und erst in den letzten Jahren ist sie auch darin interessiert, zusammen mit einem Projektleiter hier, Uwe Irion, die Diversifizierung von Farbmustern eben zu studieren. Und der Zebrafisch hat ja dieses tolle Muster von Streifen, blaue und goldene Streifen. Und nachverwandte Arten sehen eben ganz anders aus. Und die Frage ist, wie kommt die unterschiedliche Entwicklung dieser Muster zustande? Kannst du die vielleicht nochmal ein bisschen beschreiben, wenn du sagst, die sehen ganz anders aus? Haben die anderen dann irgendwie Punkte oder keine Streifen? Ja, genau. Also der Zebrafisch hat diese horizontalen Streifen, wunderschön kontrastiert, blau und gold. Und die nahverwandteste Art zum Zebrafisch, Danio Esculapi, die hat eher ein weniger kontrastreiches Muster, aber eben vertikale Balken. Also ein ganz unterschiedliches Muster. Und wenn man so ein bisschen weiter rausguckt in den Stammbaum, dann findet man auch weitere Muster, eben auch horizontale Streifen und vertikale Balken, aber auch Punkte. Schwarze Punkte auf hellem Hintergrund und helle Punkte auf dunklem Hintergrund. Alle möglichen Muster, auch Fische, die fast gar kein Muster haben. Und diese Muster sind, wenn man sich die Fische anschaut, nicht in den Fischen gleich, die am nächsten miteinander verwandt sind. Es ist so, dass vielleicht sehr entfernte Fische mal das gleiche Muster haben können und eher nahverwandte haben sehr unterschiedliche Muster. Das heißt, diese Muster sind über den Stammbaum verschieden verteilt. Und die Frage ist eben, wie das zustande kommen kann. Bevor wir uns anschauen, wie das funktioniert, dass die einzelnen Fische so unterschiedliche Muster haben, betrachten wir doch erst mal den einzelnen Fisch. Wie und wann entsteht im Zebrafisch überhaupt das Muster? Im Zebrafisch ist es so, dass dieser Streifen spät während der Entwicklung entsteht. Also die Zebrafischlarve hat noch ein ganz anderes Muster als der erwachsene Fisch. Das heißt, es gibt eigentlich zwei Phasen in der Entwicklung des Musters beim Zebrafisch. In der frühen Entwicklung hat man ein sehr simples Muster in der Larve. Da gibt es diese schwarzen Zellen, die Melanophoren, die das schwarze Farbpigment Melanin machen. Also dasselbe, was auch bei uns in der Haut wäre? Genau, das ist ganz ähnlich. Das wird bei uns von Melanozyten gemacht. In den Fischen heißt es noch Melanophoren. Und die machen vor allem das simple Muster in der Larve. Und diese Zellen kommen aus der Neuralleiste, eine Population von Stammzellen. Und die machen diese schwarzen Zellen, die dann in die Haut migrieren und das erste simple Muster formen. Und damit kann man dann quasi nur schwarze Muster machen und gar nicht diese farbigen, die man so vor Augen hat, wenn man an tropische Fische denkt. Genau, also dieses tropische Fischmuster, was du gerade angesprochen hast, das entsteht sehr viel später. Also in der frühen Entwicklung, wenn die Larve sich formt, gibt es nicht nur die schwarzen Melanophoren, es gibt auch noch die gelben Xanthophoren und die reflektierenden Iridophoren in der Zebrafischhaut, die das frühe simple Muster machen. Aber dieses embryonale, lavale Muster, das wird später komplett ersetzt, wenn die Metamorphose beginnt, der Zeitpunkt, wo der erwachsene Fisch sich eigentlich bildet. Da kommen dann diese drei verschiedenen Pigmentzelltypen von ganz anderen Stammzellen. Und die werden gebildet, wandern in die Haut und machen dann das Muster vom erwachsenen Fisch. Und da kommt die ganze Vielfalt ins Spiel. Also die Stammzellen produzieren dann diese Pigmentzellen und schicken die in einzelne Regionen des Fischs. Und dann, was genau passiert dann in der Haut? Also was man bisher herausgefunden hat, ist, dass die Zellen an anatomischen Regionen rauskommen, quasi wo zwei Muskelpakete aufeinandertreffen. Das nennt man das horizontale Myoseptum. Das ist genau die Mitte vom Fisch. Und das ist quasi wie so eine Öffnung, wo die Zellen von innen durch den ganzen Organismus so zur Haut kommen können. Also die wandern jetzt nicht so durch diese dicht gepackten Muskelzellen durch, sondern die haben da eine Lücke und können da durchgehen. Das sind erstmal die reflektierenden Iridophoren, die da durchgehen und sich als erste quasi in die Haut begeben. Die kommen dann von diesen Stammzellen in die Haut durch das horizontale Myoseptum. Und die gelben Xanthophoren, die sind schon da. Die kommen noch aus der Larve. Die müssen gar nicht von diesen Stammzellen kommen. Ah, die sind quasi die Leinwand. Und die anderen malen dann auf die Leinwand. Ja, so ein bisschen. Also das Muster entsteht dann vor allem durch die Wechselwirkung zwischen den Zellen. Die Xanthophoren sind schon da. Die breiten sich sehr stark über den Körper aus. Und dann kommen die Iridophoren zum ersten Mal in die Haut, bilden so einen ersten lichten Streifen. Und die Xanthophoren, die reagieren darauf schon, dass die Iridophoren in die Haut kommen. Und dann kommen auch die schwarzen Melanophoren, der dritte Pigmentzelltyp. Und so bildet sich ganz langsam das Muster, dass man erstmal diesen dichten Streifen hat. Dann kommen auf beiden Seiten des Streifens die schwarzen Zellen hoch. Und weitere Streifen entstehen dann seitlich, sodass man nachher wirklich vier bis fünf horizontale Streifen hat. Und dieses Muster entsteht eben durch die Wechselwirkung dieser Zellen. Und das ist gar nicht vorgegeben. Keine einzelne Zelle weiß, was sie da eigentlich tut. Aber insgesamt, wenn sie alle miteinander kommunizieren, entsteht quasi so ein emergentes Phänomen, dass sich dieses Muster herausbildet. Das ist also eine Gemeinschaftsleistung dieser Zellen. Selbstorganisation sozusagen. Absolut. Es gibt in den Zebrafischen also drei verschiedene Arten von Pigmentzellen, welche die Muster im Zebrafisch bilden. Die Melanophoren, die das dunkle Pigment Melanin enthalten, die gelben Xanthophoren und die silbrigen Iridophoren. Die Musterbildung verläuft dann in zwei Phasen. Die erste Phase findet in der Zebrafischlarve statt. Dort entwickeln sich alle drei Pigmentzellarten. Zu erkennen ist in der Larve aber lediglich ein simples Muster aus den dunklen Melanophoren. Die zweite Phase ist die Metamorphose, in der das simple Muster der ersten Phase komplett ersetzt wird. Metamorphose kennt ihr bestimmt von Schmetterlingen, wenn sie sich aus einer Raupe entwickeln. Bei den Zebrafischen findet so eine Metamorphose von der Larve zum erwachsenen Fisch auch statt und dauert mehrere Wochen. In dieser Phase haben die drei verschiedenen Pigmentzelltypen eine unterschiedliche Herkunft. Die gelben Xanthophoren stammen überwiegend noch aus der Larve. Die dunklen Melanophoren und silbrigen Iridophoren entstehen aber vor allem aus den Stammzellen des erwachsenen Fischs. Alle drei Pigmentzellen kommunizieren miteinander in der Haut und ordnen sich dadurch in den Streifen an, während gleichzeitig der Fisch wächst und viele andere Entwicklungsprozesse stattfinden. Jetzt wissen wir mehr darüber, wie die Streifen im Zebrafisch entstehen. Aber wofür brauchen die Fische denn diese Muster überhaupt? Ja, die Farbmuster, die sind sehr wichtig in der sexuellen Evolution. Also die Fische sehen sich ja untereinander. Also die Zebrafische beispielsweise sind Schwarmtiere und die verhalten sich im Schwarm, sehen die anderen Individuen einer Art und fühlen sich dann irgendwie zugehörig. Die lernen ja früh schon, dass ihre Artgenossen dieses Muster haben und schwimmen dann im Schwarm mit, wenn sie das gleiche Muster sehen. Und es gibt eben auch das Phänomen, dass sie sich dann eben segregieren, wenn sie andere Muster sehen. Also andere Arten werden dann eben, da wird dann nicht mitgeschwommen beispielsweise. Also das ist eine Funktion, dass sich die Arten separieren können. Aber es gibt andere Erklärungen. Also die schwarzen Pigmente sind ja auch da, um UV-Licht zu schlucken. So ähnlich wie uns auch dunkle Haut vor Sonneneinstrahlung schützt. Richtig, genau. Das ist eben auch eine Funktion dieser Muster. Die Muster sind also unter anderem dazu da, dass sich die Fische voneinander unterscheiden können und sich so auch keine zwei verschiedenen Arten kreuzen. Für die Forschung sind hybride Fische, also eine Kreuzung zwischen zwei Arten, dennoch von großer Bedeutung. Wir haben einen genetischen Test, den wir vor allem in Hybriden anwenden, um herauszufinden, welche Gene die Unterschiede zwischen den Mustern steuern. Welche Gene? Also wir reden hier von einer ganzen Vielzahl von Genen, die dafür verantwortlich sind. Der Zebrafisch hat etwa 26.000 Gene. Mal zum Vergleich, wie viele haben wir Menschen? Also etwa 19.000. Ja, ein bisschen weniger sogar. Wahnsinn. Ich glaube, Tomaten haben sogar noch mehr. Daraus kann man nicht ganz die Komplexität ableiten. Aber ja, der Zebrafisch hat diese 26.000 Gene, vielleicht 100 oder 200 wurden mittlerweile herausgefunden, die die Pigmentation und auch die Musterbildung regulieren, also die Pigmentzellmusterbildung. Und die Frage ist ja, welche dieser Gene werden für die unterschiedlichen Muster gebraucht, welche nicht, welche haben sich im Laufe der Evolution verändert, um Unterschiede zu erzeugen. Und wir benutzen diese Hybride, um einen Test zu machen, der uns sagen lässt, ob ein Gen die gleiche Funktion hat in den zwei verschiedenen Arten oder ob sich diese Funktion zwischen den Arten verändert hat, um eben Musterunterschiede zu erzeugen. Die Zebrafische haben, wie gesagt, diese horizontalen Streifen. Und wenn wir da ein Gen kaputt machen, in beispielsweise ein Kaliumkanal gehen, wir nennen es auch Obelix, aus gutem Grund. Obelix. Genau, aus gutem Grund, weil diese Mutanten eben breitere Streifen haben, wie der Obelix eben auch, aus dem Comic. Das ist, damit findet man quasi heraus, dass dieses Gen wichtig ist in der Musterbildung. Das können wir auch in der anderen Art machen, Esculapi, die nahverwandte Art und die haben dasselbe Gen und die Frage ist, ist das wichtig? Das heißt, da haben wir das auch kaputt gemacht und gesehen, dass diese Balken sich gar nicht mehr bilden. Das heißt, das Gen hat eine Funktion. Wenn man es kaputt macht, sieht man eine Auswirkung im Muster. Bei beiden Arten. Bei beiden Arten, genau. Wenn man diese Mutanten dann hat, kann man auch Kreuzungen machen zwischen diesen verschiedenen Arten, die dann entweder Wildtyp sind oder Mutant. Das heißt, in einer Art, die Wildtyp ist, kann man jetzt gegen die andere Art kreuzen, die aber Mutant ist und umgekehrt. Und in diesem Hybrid-Experiment, da kommt dann bei dem in der einen Hälfte der Hybride auch Streifen raus, nämlich wenn das funktionale Gen von dem Zebrafisch da drin ist, aber wenn das funktionale Gen von dem Esculapi in der anderen Hybridgruppe vorhanden ist, dann kommt keine Streifen raus, dann kommen eher so unterbrochene Streifen und Punkte raus. Und das sagt uns, dass diese beiden Gene von Zebrafisch und Esculapi nicht gleich sein können. Die sind unterschiedlich. Und das sagt uns eben dieser Test, oder so kann man das rausfinden. Das fasse ich noch einmal zusammen. Im Labor untersucht Marco die Unterschiede in den Mustern zweier Fischarten. Zum einen gibt es dort den Zebrafisch mit horizontalen Streifen und zum anderen eine nahverwandte Art mit vertikalen Balken. Marco schaltet in beiden Fischarten das gleiche Musterbildungsgen namens Obelix aus. Nach dem Ausschalten dieses Obelix-Gens verändert sich dann das Muster in beiden Fischarten. Das ist dann ein Zeichen dafür, dass das Obelix-Gen in beiden Fischen für die Musterbildung wichtig ist. Nun hat Marco in beiden Arten normale Fische, bei denen das Obelix-Gen noch funktioniert und zudem hat er aber auch die Mutanten, in denen die Gen-Funktion von Obelix ausgeschaltet ist. Im nächsten Schritt kreuzt Marco beide Fischarten miteinander. Er kreuzt normale Fische der einen Art mit Mutanten-Fischen der anderen Art und umgekehrt. Und je nachdem, von welcher Fischart das intakte Gen stammt, haben die Nachkommen ein anderes Muster. Das Obelix-Gen kann also nicht in beiden Fischarten gleich sein, denn sonst hätten alle Nachkommen das gleiche Muster. Das Gen muss sich also zwischen den Arten im Lauf der Evolution verändert haben. Dieser sogenannte reziproke Hemizygositätstest ist nur möglich, weil man mit der Genschere CRISPR-Cas heutzutage relativ einfach Gene ausschalten kann. Auch in Organismen, die nicht klassische Modellorganismen sind, wie beispielsweise Bakterien, Häfen, Fliegen oder Mäuse. Und jetzt aber wieder zurück zum Praktischen. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Wem bringt das eigentlich was? Ist das irgendwie nützliche Forschung? Haben wir Menschen da was davon? Ja, das ist Grundlagenforschung, biologische Grundlagenforschung. Ich bin ganz glücklich, dass ich hier am Max-Planck-Institut sein kann, von der es ja noch eine Reihe weiterer gibt. Und in der Max-Planck-Gesellschaft hat man sich eben auf die Fahne geschrieben, Grundlagenforschung zu betreiben, die nicht unbedingt einen direkten Nutzen haben muss für den Menschen. Und die Forschung soll interessensgesteuert sein. Und das ist genau das, was wir machen. Das hat meine Chefin früher auch gemacht, als sich Fliegenembryonen angeschaut hat und wissen wollte, welche Gene steuert die frühe Musterbildung bei den Fliegen. Da hätte auch niemand gedacht, dass das mal irgendwann für den Menschen relevant sein müsste. Aber es war eben genau das Gegenteil. Es war unglaublich relevant. Damit möchte ich nicht sagen, dass wenn wir die Streifenbildung... Was war da die Relevanz? Die Relevanz ist, dass sie mit einem sehr intelligenten Test über viele Jahre alle Gene herausgefunden hat, die diesen einen Musterbildungsprozess steuern. Und das sind Gene, die konserviert sind auch bei Menschen. Und in allen möglichen Krebsformen alle möglichen Signalwege abdecken. Also sie hat einfach sehr wichtige Gene auch für die Krebsforschung entdeckt. Und das hätte man nicht erwartet. Und wie gesagt, wenn wir jetzt die Streifenbildung beim Zebrafisch studieren, heißt das nicht, dass ich mir ausdenke, dass damit mal irgendwie den Menschen geholfen sein wird. Aber es ist einfach interessant. Es ist unglaublich komplex. Man lernt sehr viele neue Aspekte in der Biologie, vor allem jetzt auch in der Evolutionsbiologie, wenn man sich die Musterbildungsprozesse in den nachverwandten Arten anschaut. Und es ist zweitrangig, ob das irgendwann mal wirtschaftlich relevant sein wird oder so. Es ist einfach nur interessant. Und hier ermöglicht man uns, solche interessengesteuerte Forschung zu machen. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Marco wird sich auch in Zukunft von seiner Begeisterung für Forschung leiten lassen. Jetzt steht er gerade erst am Anfang seiner wissenschaftlichen Karriere und er hat noch viel vor. In meinem nächsten Schritt möchte ich auf jeden Fall, also nach dem Doktor, möchte ich mir noch andere Dinge angucken. Ich möchte neue Methoden lernen, um andere Forschung zu machen. Also jetzt habe ich mir Entwicklung angeschaut. Mein nächstes Forschungsfeld wird Regeneration sein, was gar nicht so unterschiedlich ist teilweise von der Entwicklung. Weil wenn man zum Beispiel irgendein Organ verliert, können manche Organismen das nachwachsen lassen, andere nicht. Und das Nachwachsen des Gewebes ist ja auch eine Form von Entwicklung. Aber da muss man mit einer ganz anderen Logik rangehen teilweise. Und ich werde das nicht mehr. Warst du da beim Zebrafisch? Ja, teilweise werde ich das auch beim Zebrafisch machen, aber auch bei sehr vielen anderen Wirbeltierarten. Das ist auf jeden Fall ein Projekt, was ich mir momentan vorstelle. Neben seiner Forschung ist Marco aber auch musikalisch unterwegs und spielt leidenschaftlich gerne Saxophon. Im Hintergrund konntet ihr ihn gerade spielen hören und den ganzen Song haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Als nächsten Schritt von Markus wissenschaftlicher Karriere geht es für ihn nach seiner Doktorarbeit nach Australien. Du gehst ja jetzt nach Melbourne, hast du mir erzählt. Gibt es eigentlich auch Zebrafische in der Gegend oder ist das schon wieder zu weit weg? Wirst du da schnorcheln und tauchen und selber auch dir Fische mit Mustern anschauen? Garantiert. Ist das eine Motivation? Ja, das ist sicherlich eine Motivation, dass das eine sehr interessante Umgebung ist. Da wird man garantiert tauchen können. In der Natur werde ich wahrscheinlich keine Zebrafische finden, aber im Labor natürlich. Also dort gibt es ein riesen Zebrafischlabor. Sehr viele Leute arbeiten da an Entwicklung und Regeneration. Und da geht es aber wie gesagt auch um andere Fische. Also da werde ich hoffentlich auch mit einem Killifisch arbeiten, mit Medaka, mit dem Lungenfisch und mit einer Reihe weiteren inklusive Haien. Also es wird ein sehr breit angelegtes Evolutionsthema. Wir sind gespannt, was Marco noch alles herausfinden wird. Für die Zukunft wünscht er sich folgendes. Ich würde mir im Speziellen erhoffen, dass die einzelnen Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, noch besser verknüpft werden miteinander. Also wenn ich das so erzähle mit der Streifenbildung, wie die funktioniert, dann entsteht, entsteht ja der Eindruck, dass wir das alles schon relativ genau verstehen und dass nur die Diversifizierung der Muster in anderen Arten noch eine große Baustelle ist. Aber das ist gar nicht so. All das, was ich gerade gesagt habe, beruht teilweise auf einzelnen Experimenten, die seit 20 Jahren irgendwie gemacht worden sind. Und das sind quasi Mosaike, die da zusammenkommen. Und wir wissen gar nicht genau, wie das Bild aussieht, was wir da legen. Weitere Informationen zur Forschungsgruppe mit Forschungsgruppenleiterin Christiane Nüßlein-Vollhardt findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch nächsten Monat wieder ein, wenn wir der Forschung am Max-Planck-Campus in Tübingen auf den Grund gehen. Auf den Grund gegangen, ein Podcast des Max-Planck-Campus Tübingen. Vielen Dank an Marco Podopnik für das Interview zu dieser Folge.